MESER, Schwerd so, hier, Messer, Schwert Auf gehts! Muster Feind! Wenn ich dich töte.. Die gehen alle auf mich los, die Wichser Natürlich, weil du hässlich bist Wir werden sie töten, immer werden sie töten. Geht auch nicht. Shen, wer klopft denn hier? Was steht da dran? Mein Rang ist nicht hoch genug, ich komm nicht drauf. Ich starte mal Steam nochmal ein neues Spiel. Das Spiel hab ich gerade gemacht. Verdammt, ich glaub die arbeiten zusammen. Die arbeiten dazu da. Oh Gott! Keine Ahnung was du sollt, mein Rang ist nicht zu hoch. Er starte halt ein Teil neu. Hab ich... Nee, das läuft doch mit dem ich's denn da. Mein Charakterrang sei zu niedrig. Ich weiß, dass du so einen schlechten Kraft hast, aber das war's ja schon. Was? Die wollen dich kicken, Timo. Wegen Team Damage. Du fuck, das ist Free For All. Steh denn. Der ist wieder da. Dings. Verdammt nochmal. Was war die Lead nochmal da oben? Von vorne. Fang gleich. Goddammit ey. Wir haben doch einen Arschzweiter aufgenommen die Leute hier. Wir müssen auch zusammenarbeiten. Mach mal auf. Ich helfe dir, Jan. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Hallöchen. Ja, ja. Fokussiere ich nur auf mich. Fokussiere ich nur auf mich. Perfekt. Da hinten sitze. Links. Aha. Hallöchen. Der ist AFK. Der ist AFK. Gustav, kämpfst du? Ja. Der war gar nicht AFK, der hat nur so getan. Mein weg. Ich versuch's. Oh Gott. Du bist so inkompetent. Jetzt wird der Spiel? Was? Ausschließend für Kick? Was? Delete. Ach, die wollen hier nur ähm... Duelle. Glaub ich. Dass die wollen, können sie mich am Arsch lecken. Die Mehrheit. Schnell die Lieder, die Lieder. Wie stimmt ihr die Mehrheit? Ja. Drei fehlt, verdammt. Ja, 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 ja. Was? Verdammt. Verdammt, das gibt's sogar halt. Der hat drei fucking... Sachen, die sich drin stecken, das gibt's auch halt. Töning. Oh Gott. Ich hole jetzt die Armbrüche raus, da muss ich das einmal treffen. Wir stellen uns in irgendein Eck rein. Also einmal probier's jetzt noch einmal. Wir abonnieren den Server. Oh ja. Björn, ich bin unterwegs. Hinter dir, jemand hinter dir? Warum war ein Weg, verdammt. Verdammt, da kommst du her. Oh Gott, nein, nein. Verdammt. Ich räche deinen Tod. Okay. Jetzt reicht, jetzt reicht's. Ich muss nur so weit laufen, Mist. Gerne, ich bin gleich da. Breitschwert. Ich stell mich jetzt irgendwo in einen Baum. Oh, Verdammt, ich gehe weiter. Oh, lebe, ich gehe weiter. Oh, lebe, los! Oh Gott, Alter. Komm in unsere Richtung. Das funktioniert nicht. Oh Gott, schnell tötet ihn! Der Ups! Ja! Wir haben ihn, wir haben ihn! Kommt der nächste! Meine Festung! Meine Festung! Wo? Stört du Ares! Verdammt! Wo ist er hin? Die versuchen es immer wieder! Seien sie es! Seien sie es! Das ist unsere Hügel! Sie kommen! Oh Gott, nein! Ich häng irgendwo! Au! Ich bin tot! Komm schon! Oh Gott! Oh Gott, ich glaub das ist ein bisschen sauer! Weitere gehen! Oh! Jetzt verlangt noch mehr Blut! Ja wohl, wir müssen zusammen arbeiten! Ich hole meinen richtigen Knüppel raus! Dann hole ich meine mächtige Heugabe des Verderbens! Einer muss! Ja, dann holst du die Heugabe! Ich nehme dann den Bogen! Okay, okay! Und Jan nimmt auch irgendwas! Ist der überhaupt noch da? Ja, ich finde da! So, hier! Die mächtige Heugabe! Nehmen wir noch ein Wurfmesser mit dazu! Was ist los, Jan? Du hörst dich ein bisschen genervt an! Nein, ich versuche gerade mit einem Kumpel zu helfen, Dark Souls zu schaffen! Ich bin gleich da! Wo sind sie? Ah, ich sehe schon einen! In der Mitte! In der Mitte! In der Mitte! Ich muss hier laufen! Ich muss laufen! Mann, laufe! Laufe! Oh Gott! Nimm die Heugabe des Verderbens! Ich versuche es! Ich versuche es! So! Komm! Ich habe ihn! Nummer eins! Der nächste! Die Heugabe des Verderbens! Töte alle! Verdammt! Es ist zu heftig! Töte ihn! Töte ihn! Töte ihn! Töte ihn! Töte ihn! Ach komm schon! Jan fehlt! Moment! Der hat dir gerade in den Händen gespiekst! Und der Ralf fehlt! Genau was ist mit dir los? Der ist doch da! Hat er jetzt wirklich gerade durchgesetzt oder was? Nee! Sie kommen! Sie wollen mich holen! Ich werde dich niemals finden! Ach! Ach! Oh Gott! Mir wurde mein wunderschönes Gesicht zerschmettert! Das scheint ein reiner Duell zu sein! Also nur zwei gegen zwei! Äh einer gegen einen! Ja und? Sind trotzdem drei in der Mitte und ich stürme jetzt voran! Ja! Die halten sich ja auch nicht dran! Also scheiß drauf! Ja! 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 Du bist ja auch nicht dran! Ja! 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 oh gott oh gott oh gott hey hey du bist von tod du müsst ihr useless vordringen moment moment ich brauche es noch ein bisschen mehr leben ich gehe ein bisschen vor ich höre hier rumgetapselt ist der useless was bist du auf an die front von der rügel hoch seit dieser er kommt dass er ja so was er wo nicht mein freund verdammt das kann ich auch auf verdammt er hat mein stopp doch schlöchert ahaha ich muss laufen ohne hier ja bewegt dich doch wo sind die feinde so jetzt rein damit das nichts getan hast hört auf bei gegenseitigen töten euch da muss ich wohl auch mitmischen ok jetzt ist sparta ich wollte in den regen spielen jetzt können sie mich am arsch lecken warum greifen die die eigentlich nicht an weil ich sie keinen weil sie weil ich nicht so machen hier noch mal hier ich bin schon längst tot ich warte bis du da bist und dann gibst du dann neu in den kampf ich muss bessere pfeil nehmen so schild raus ich brauche hilfe die gehen zu zweit auf mich keiner jahr los kommt doch Irgendeiner. Sind wir zu dritt? Oh, einen habe ich da hinten. Irgendeiner, irgendeiner. Junge, Junge. Oh, oh. Er hat die Seiten gewechselt. Ah, 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 ah. Ich brauche ein anderes Schild. In your face! So. So, halt, krass. Egal, was wir machen wollen, er ist tot. Wüsste, Zone, ich bin hier. Oh, da ist einer! Oh, fuck. Da kommt der nächste! Das. Nein, 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 nein. Ich war den töten, aber es hat nicht funktioniert. bist du tot christoph ja ja wo ich sehe dich kommen kommt ein übernübel da den stopp ich mir jetzt ja kommst du ja kommst du ja nikolaus verdammt aber es heißt ich ja gott bekämpft hast kämpfen jetzt alle gegen uns zwei oder was du scheinst ja nein sie kämpfen auch gegeneinander so als sache 2g er verdammt du wurdest gekämpft k k k Oh mein lord, ich bin so entschuldigt. Das ist so ich, ah. Au. Haha. Verdammt. Nein, nein, nein. Ich muss auch verdammt nochmal zusammenhalten. Wir haben hier unseren Ruf weg. Diesen Jan, den muss ich jetzt töten. Wenn ich dabei. Komme was ich da wolle. Verdammt. Hör auf, so sprunghaft zu sein. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, hä? Holt den Jan. So. Hä? Wo ist Spawn der? Wo ist Spawn der? Ja. Kommt was auf dich zu? Ich merke, au, verdammt nochmal. Erstmal wird es weniger gut, weniger bis gar nicht sogar. Hä? Verdammt. Sehr gut, höchste Zone. Ja, ich wollte ihn. Verdammt. Ach, das war der andere. Wie zum Henke hast du das gemacht? Wer war da? Was zum... Es ist doch nicht wahr. Was zum... Es ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Ventilations, bis zum nächsten Mal, Oh, das ist das. Und dann geht es dir noch mal. Oh, nein! Dürfen, wir haben noch mehr.